Was da innen passiert ist, das ist schlimm. Für uns alle. Jetzt müssen wir unbedingt noch mehr zusammenleben. Michi, was wird denn aus dem Hof? Der wird dann weg. Leumann, das ist mein Hof! Ich helfe dir, den Hof ein Vordermatt zu bringen. Ist gut. Sie schaffen es nicht allein, Michi. Wenn mir keiner was gibt, dann gehe ich mit meinem eigenen Geld rein. Aber meine Brüder bist du schon, oder? Ich bin das wirklich, das alles. Du hast mich doch gebetet, dass ich den Hof rette. Was willst du denn eigentlich? Einfach ein bisschen mehr... ...leben. Bei einer vier Sekunden sind die Bote zu. Und zum dritten Mal. Für normale Leute ist das viel Geld. Und für mich ist es mega viel. Aber es geht jetzt gerade nicht um dich, Sarah. Doch, es geht genau mal um mich! Nein, es geht um das Grosse, um das Mami und um den Lolo. Das ist alles kaputt! Das ist mein Hof! Ich will dich hier nicht mehr sehen! Verreise! Und Movement, das ist alles kaputt! Das ist alles kaputt! Ohne Zeitung! Das ist alles kaputt! Vielen Dank.